Und hier geht's lang. Ah. Cool. Jetzt gibt's hier noch was? Nein. Gut. Okay, das hat uns jetzt ehrlich gebracht. Ähm. Ja. Dann. Zur nächsten Mission. Richtung Stadtmitte Ost. Es gibt mehr Upgrades, als Sie sich leisten können. Wählen Sie weise. Slagged. Ja. Haben wir schon wieder einen gerettet. Ungewollt. Und da ist wieder ein Geheimnis. Oh Mann, die verzieht ganz schön die Waffe. Wow. Schon wieder so ein Freak. So. Das war's wohl. Und wieder Energie aufladen. So. So. Gut. Ah. Sieht ja sehr interessant hier aus. Ah. Gut. Wow. Genau. Das ist ja. Vielleicht. Ich hab zwar schon alles, aber weiß er nie. Großkaliber, das kaufen wir uns mal. Ja. Jetzt haben wir eine dicke, 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 dicke Wumme. So. Dann gehen wir mal zur Kirche. Richtung Kirche. Laden Sie Ihren Schleiermitte in Schleierteichen oder mit Schleierfässern auf. Soweit weiß ich Bescheid. Gut. So. Aber ich werd jetzt hier nach der Ladesequenz hier Pause machen und wow sieht das aus. So. Ähm. Wir werden hier jetzt einen Stopp machen und an der nächsten Stelle werden wir hier genau an dieser Stelle weitermachen. Bis dann beim nächsten Let's Play. Wolfstein. Euer Jakke. Stay together.